Heute ist wieder Sango 1141. Heute wieder mit einem neuen Update. Du hast die Robert DiDiogo Collection mit Cup der Angst, Casino und der Gute Hörte. Killer Elite mit 16 Städten, Cliff Owen und Robert De Niro. Rocky die komplette Sache. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 und Rocky Balboa. Dann eine Action Collection mit 9 Filmen. Da drauf sind Der Panther wird gehetzt, Mask of Murder 2, Commando US Navy Shields, Firehawk, Gangland LR, Unspecky Bill, Heist Geid Michin, Full Imped und Hard Boilert. Dann zwei Lego Star Wars Filme, die Padawan bedrohen und das Imperium Slick ins Haus. Ich dachte mal, die sind runtergesetzt, deswegen einfach mal mitnehmen. Den habe ich schon gesehen, die Padawan Bedrohung. Dann Pixel mit Adam Sandler und Kevin James und Peter Dinkelack, also hier der kleine aus Game of Thrones. und mein erster Film mit Adam Sandler. Hat zwar eine gute Idee, aber ich fand ihn jetzt nicht ganz so gut. Das waren auch alle. Bis dann! Bis dann!